Ich hab' mich damals immer gefragt, was sind die Powerpuff Girls? Powerpuff Girls? Das ist ein sehr schlechter Porno. Warte, was? Hast du gesagt, das ist ein sehr schlechter Porno? Ja, die Powerpuff Girls. Joshi, du solltest doch mittlerweile von meinem Nebenverdienst wissen. Ich verdiene sehr schlecht. So, aber jetzt, Joshi, Anbott. Es gibt schon Anbott? Nein! Eins, drei, zwei, eins. Hallöche Puppöchen zu einer weiteren Folge. Bikini, Bottom, Chaos. Zusammen mit Erich, Schiri, Anna, Herzweckert, Frigo, Daylo, Tapp, Carol und... Tapp? Hallo? Wer ist denn dieser Tapp? Wir sind Tapp, ja. Vielleicht ist es Tipp, Tipp, Tipp und Tapp. Tipp, Tipp, Tipp und Tapp! Ritter des Rechts! Ich hab damals von Ritter des Lichts! Mit Ritter des Lichts! Ja genau, Richard Ritter des Rechts heutzutage nennt man sie SS. Ritter des Rechts! Doi, Ritter des Scheiss! Du weißt das man, du weißt, dass man Chip und Chab, halt mit C schreibt? Voll eh. Ich hab's machen, ich hab's machen, gerne! Chavez Fern Lösungen anzusch organismen! Was? Schiff und Chef? Schiff und Chef? Schiff und Chef? Irgendein Name mit C hat mich ja angeschossen. Wer war das denn mit C? Wer war das hier? Ich weiß nicht. Ich hab noch nicht geschossen in dieser Runde. Ich hab volles Magazin. Warte mal, ich muss grad nochmal den Namen... Hey! Devil is Traitor. Ja, ja, ich hab's gewählt. Wo ist sie denn? In der Kostenkrabbe, oder? Warte, ich fühl dich ja. Ich bin am Hinterengang von der Kostenkrabbe. Alter, Frigo, du schießt andauernd auf mich. Ich bin nicht Devil. Warte, Frigo ist angeschlossen, oder? Er ist auch nicht Eri und ich bin... Oh, sorry, sorry, nein, alles gut, alles gut. Warte, 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 warte. Das war nicht gewollt. Frigo ist nicht Jakal, sondern... Frigo ist Lee. Frigo ist Date... Frigo ist Deputy. Weg hier. Frigo ist Deputy. Hm, noch nicht hier mitten in der Röhre. Ähm... Du hast mich mit eingebaut. Ach, man kennt das zu viel, wer wächst hier unter Wasser. Ey, aber das ist echt so, als wenn wir schwimmen würden. Ja, du hast recht. Oh, denkst du nicht, ich komm in das Schild da oben rein? Ja. Ja, warte, ich versuch's das jetzt. Ja, Sekunde. Ernsthaft? Ich bin die Krosse... Bauer. Erstmal auf den Apfel einmal. Boah, ich will ein... Ich spring die ganze Zeit immer aus Reflex. Ja, oder ich auch. Zündet hier die Fortnite an. Fortnite? Zündet... Ja, genau. Zündet Fortnite an. Ganz schlechtes Spiel. Der gute Fortnite. Der gute alte Fortnite. Der gute alte Fortnite, ey. Der gute Fortnite. Jetzt hab ich Lust auf Börek. Ernsthaft, Tomina. Auch im Börek. Hä? Carrie bist immer noch in der Krosse. Tatsache. Ich wurde von Frigo eingeschlossen. Warte, warte, ich hol dich raus. Nein, alles gut, ich schieß mich selber raus. Ja, hast du gerade gesagt, dass du ihn rausholst? Das ist aber keine Probleme. Ich schieß mich selber. Das sind im Restaurant. Alter. Alter. Ich sehe damit kein Problem. Das Schöne ist, die Werbefreundlichkeit ist nie vorbei seit meinem Witz von ihm. Von daher können wir jetzt auch einfach noch... Können wir noch ein Stück drauf nehmen. Ja, stell dich mal auf mich. Karel, warum ist der tot? Was ist der tot denn? Oh, ich geh einfach. Ich bin raus. Ich bin weg. Das ist ja eine Frechheit, Dado. Nein. Doch. Boah. Alter. Frech. Frechheit. Eri? Eri? Magnus? Eri? Bist du es? Habe ich gerade mit dir geredet und nicht mit Josch? Magnus! Ich heiß doch gar nicht Magnus, ich werde sehr zwiggert. Schulden. Ah. Ja, das glaube ich aber sofort. Bissen du? Du? Ich? Ich bin bei der großen Krabbe jetzt. Ich bin der Gegendflug. Ah, hallo. Aua, warum schießt du auf mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß, weil du der letzte bist, der redet. Nein. 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 Du bist nicht der letzte der hier heute. Hui. Hi. Okay, Sekunde. Wir machen mal was anderes. Was denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh. So wird auch gehittet. Oh er auf einmal kriegt so viel. Ja. Ja. Du hast eindeutig nicht besser. Das äußere, den du gerade verfasst hast. Ja. 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 Darf ich mal fragen, was auf mich geschossen wurde, weil ich einmal gelb gesehen habe. Achso, ich habe dich mit einer Dart Gun angeschossen. Ach du warst das? Hast du eine Dart Gun? Aile wollte Dart spielen. Ja. 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 Du willst doch keine Dart Scheiben. Ja. Sicher? Wenn man denen so lustige Kreise auf den Bauch malt. Ja, die wollte ich auch machen. Manche Gesichtsformen passen da eher. Also deins. Ne, ich habe tatsächlich schon da kein rundes Gesicht, dass das traurig ist. Ich will deine Waffe haben. Ja. Gib mir deine Waffe. Okay. Ja, ich will die haben. Weißt du, ich hatte noch keine gute Waffe. Okay. Ich will deine Waffe. Aber jetzt eine Waffe. Waffeln. Oh ja. Hallo Figo. Letzte Woche zu dem Zeitpunkt. Oh, wie ist denn dieser dumme Gämbler, der mich mitgewinnt, der mit der Wischen hat? Äh, ich brauche nichts. Ich bin wunschlos unglücklich. Oh, das ist nichts. Wir haben einen Marker und das ist Shiri, oder? Nein! Wir haben einen Marker. Hast du gerade? Achso. Oh ja. Ich hätte ja gesagt, wir haben einen Sidekick. Josch, wie kannst du das erklären? Was? Ich habe gerade versucht, Shiri abzufackeln. Ah, super. Nice. Wer hat da eine gelbe Hose? Wutschen. Wer ist der Marker? Ich habe eine gelbe Hose. Marker. Wie kriegt man es hin, dass man nur mit Geld tut? Frigo! 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 Ich sieh's. Ne, das ist doch Devil. Was denn? Ich habe auf Devil geschossen. Es tut mir leid. Frigo ist da vorbeigerannt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe... Oder was? Ich glaube, er ist tot. Jo, er ist tot. Polko mag Baseball. Bin ich down hier oben. Ist tot. Ich habe einen Vertrag gehabt. Das erklärt, warum er an mir vorbeigerannt ist. Ich bin Spy. Oh. Ich habe mich schon gewundert vom Privileg so dumm, dass er mich nicht schlägt. Das gibt es durch. Apfel! 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 Wir haben keine Apfel hier. Bitte, hallo?! Ich habe Angst. Erri. Bist du mein, mein Original? Ich bin... Was? Dein Original? Du bist mein Original? Nein, bist du... Bah, ich bin verwirrt. Reicht. Das verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Frau Zwegert, Frau Zwegert, jetzt kann ich es wieder sagen, jetzt kann ich halt nicht Herzwegert, sondern Frau Zwegert sagen, ist auch gut. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch eine Minute, bitte runter, bis Schiri wieder drauf scheint. Ja, ich habe es extra runtergestellt, aber. Ja, das kriegen wir hin. Äh, ich verstehe es aber trotzdem gar nicht, der Eri lebt ja doch wieder, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe aber gedacht, der wäre immer noch tot, ja, ich habe es bemerkt. Meine Punkte, die ich nicht angesetzt habe. Meine Punkte, ja, das war jetzt ziemlich Intelligenz von dir, ne? Eri schießt auf mich, warum macht er denn sowas? Das finde ich jetzt aber auch unfair, Eri. Du könntest uns auch eindeutig mal eine Chance lassen, du ESL-Spieler, du. Wie seid ihr zu dritt auf mich gegangen? Wie seid ihr zu dritt auf mich gegangen? Wie seid ihr zu dritt auf mich gegangen? Das nennt sich Gangbang. Ne, Gangbang war 5. Achso, du kennst dich da aus? Nun, sagen wir es so. Ich habe eben schon über meinen Nebenverdienst geredet. Oh. Kannst du das Thema noch vertiefen? Warum sponne ich in der Höhle? Vertiefen, das erinnert mich an meine letzte Produktion. Nein. Oh Gott. Ja, hallo, ich habe Metro gespielt. Hallo, ich bitte euch. Was hast du? Damit verdiene ich ganz viel Geld. 23 Cent im Monat. Ey, das ist ein Brötchen. Ich dachte, du... Das ist ein Brötchen. Ein Brötchen? Ja, 23 Cent. Aber nur bei den schlechten Bäckern. Die guten sind mittlerweile, glaube ich, teurer. Ja, ich sag mal so. Bei März nicht in Köln kannst du nicht hingehen. Da kostet so ein Brötchen 30 Cent. Bei uns kosten Brötchen 15 Cent. Welcher lebst du denn? Kann ich kurz eine Sache fragen? Ja. Welchen Monat haben wir? Januar. Januar? Warum fliegt mir hier dann Marienkäfer rum? Ah nein, es ist Februar, Leute. In meinem Zimmer. Ja, wenn die Folge rauskommt, ist Februar. Kann man jemand hier den Schlüssel besorgen? Hast du Plankton gerade eingegangen? Plankton ist hier am Leben? Plankton leuchtet grün und hängt Kopf über der Wand. Hm, geil. Ich hab seine Schulzeitschotze. Wenn ich's kurz nochmal wiederholen dürfte, spätestens jetzt ist klar, Klimawandel existiert. Ich hab einen Reihenkäfer im Haus. Im Februar. Ich bitte euch. Ich weiß nicht, wer da gerade geschossen hat. Könnte Eri gewesen sein? Ich hab nicht geschossen, wer es ist, aber... Ich mach's mal nicht. Ich wollte grad sagen, da holen wir uns einfach einen 9. Boah, se. Manchmal hasse ich mich echt für meine Witze. Das ist wirklich... Ach, Frau Zweig hat das wieder da. Kennt ihr diese Momente, in denen euch einiges klar wird, wo ihr falsch abgebogen seid irgendwo? Geh, lass mich doch mal durch. Ja. Letzten Dienstag irgendwie... Keine Ahnung. Ich hätte einfach nicht zur Arbeit gehen sollen. Zum Beispiel... Ich hätte das Kartoffelheft. Ich hätte das Kartoffelheft machen sollen. Ich will's nicht. Ja, deswegen hast du auch viel vor meiner Nase gerade umgebracht. Ich bin's nicht. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ich hab der Welt einen Gefallen getan. Ja. Oh. Hier ist schon wieder jemand gestorben, oder? Hä? Nein. Oh. Ähm. Nein. Da war nix. Oh, Navi. Hallo. Was redest du hier? Oh. Nein. Warum? Ich glaub Carol ist böse. Nein. Ich glaub Carol ist böse. Ich glaub Carol ist böse. Josh. Wir sind doch Freunde. Ich glaube nicht mehr. 32 Schalen hast du mir gemacht. Das war aus Versehen. Hat mich über Navi drüber geschubst. Über Navi. Über Navi. Wutschen. Glaubst du mir das? Über Navi. Über Navi. Glaubst du mir das? Über Navi. Ah. Seid die beiden denn Traitor oder? Jackal und Sidekick. Ich hab nen Traitor. Okay. Kannst du, kannst du, kannst du ja? Du hast sie doch schon confirmed, du. Ja. Ja. Und trotzdem. Vielleicht sind ja noch Punkte drin. Wolltest du bitte aufhören auf mich zu schießen. Okay. Der ist ein Neko. Weiß ich nicht. Neko? Achso. Ich bin schon vorbei. Schon vorbei. Nein. Oh komm schon. Wir wollen ja auch ein faires Battle. Nur faires Battle. Ich bin tot. Nein. Magnus ist böse. Das glaub ich auch. Ich vertraue dem Herzweg nicht. Auch nicht. Ich hab ihn angeheuert und ich bin immer noch nicht reich. Irgendwas ist da falsch. Ich hab ihn noch nicht reich. Ich bin beim Abfalleimer. Oh. Wo ich hingehöre. Oh. Einsicht ist der erste Schritt oder sowas. Oh. 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 Oh dear. Oh. Oh. Wer ist denn der Elf? Guten Tag. Wie geht's den Schulden? Wie geht's den Schulden? Wir haben auch Gefühle. Hoffentlich schlecht. Genau, das ist die Antwort, auf die ich gewartet habe. Da kam ein Fisch und hat ihn getötet. Ich fühle mich ja einigermaßen sicher, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob wir uns bei dir nicht erfüllen können. Jetzt habe ich nur noch mal eine Clover. Siehst du, ich habe da eine bessere Waffe gegeben. Und ich habe jetzt noch eine Hanne Badger bekommen. Komm auch in den Abfall, einmal für dich habe ich auch was. Aber da muss ich damit mitkommen, das ist wichtig. Weißt du, Magnus, du bist der Typ, dir vertraut, man. Und dann schießt du einfach in den Abfall. Warum haben wir dich denn nicht abgeschossen? Schiri, du bist kein Tommel. Ich bin kein Trader, ich habe gerade aus Versehen geschossen, weil mein Linksklick ist ein bisschen... Bist du dir sicher, dass du aus Versehen oder dass du... Bist du ein bisschen Trigger-happy, oder was? Die schießt ja die ganze Zeit... Der Linksklick ist ein bisschen links. Warte mal. Du bist nicht Schiri. Die echte Schiri ist... Was? Die echte Schiri... Ich stehe vor dir. Ist ein Deputy. Ist Frau Zwegert, ne? Er hat schon von mir geschossen. Es gibt eine Frau Zwegert, die ist kein Deputy, das ist nicht Schiri. Ich habe... Ich habe das Gefühl, dass... Ja, du bist hier... Wer hat Schiri possessed? Genau. Danke. Dies ist das Wort, was mir gefehlt hat. Was? Oh nein! Nein, 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 nein! Bitte doch nicht auf mich schießen! Wir hatten Fraud. Wir hatten Fraud. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber es ist passiert. Ich glaube tatsächlich, gerade die possesste Schiri hat die nicht-possesste Carol getötet und beide waren ganz lieb. Und wisst ihr was? Das ist mir zu blöd. Ich geh mit. Was? Gabefragen? Oh, ein bisschen. Oh, Credits. Ah, nee, nicht Credits. Warte, hier. Ein Item kompensieren für euch. Oh, f**k. Reicht euch nicht? Warte. Oh, Credits. Wutschen ist hinter der Krabbe. Ja, und warum schießt du auf mich? Warte mal. Immerhin habe ich noch meinem Verräter geholfen, die Runde zu gewinnen. Der hat mich einfach gekillt, der Frigo. Ich? Ich hab mich selbst gekillt. Ich mach mich total kick. Eine halbe Minute später. Last Christmas. Okay. Ich hab den Schneemann auf Butcher geworfen. Aber an der Sekunde habt ihr irgendwie Plätze getauscht. Du bist vorgegangen, der auch. Du bist eh den Schneemann. Ich hab Aufnahme. Ich hab Aufnahme. Einfach geschneemannt hast du ihn. Dale, frag an dich. Ja, ich hab mich selbst gefragt. Und das alles im Februar. Ich verstehe nicht. Also wenn du hier stehst, ich dachte. Viel zu früh. Äh, Shiri, es war Possession. Ja, ich weiß. Ganz kurz, was war eigentlich das mit der französischen Revolution? Hä? Die französische Revolution. Die französische Evolution, naja. War die schon? Die französische Evolution. Wisst ihr, warum die französische Revolution überhaupt funktioniert hat? Hör auf, das will keiner hören. Nein, jetzt lass mich doch, Kurne, bitte einen Satz sagen. Ich muss aber meinen Mann schlagen. Komm, das ist auch... Ja, aber ich sprich doch gerade was über die französische Revolution. Also französische Revolution, französische Revolution hat nur funktioniert, weil Franzosen gegen Franzosen gekämpft haben. Denn sonst verlieren Franzosen alle Kriege. Richtig. Meine Güte. Ich seh dich. Ja. Sorry. Das dauert zehn Jahre. Ich musste gerade für Mannes klatschen. Komm, ich will den in den Arsch schwören. Danke. Oh. Slow-clappen. Ja. Danke. Hä? Also ich find das ja richtig so. Franzosen können einfach keinen Krieg gewinnen. Ende. Die meisten gewinnen wirklich uns. Das ist der Schiri. Da-da-da. Ich meine, Franzosen können nur anderen in den Arsch kriechen und so den Krieg gewinnen. Da sind wir gerade... Kann ich jetzt eigentlich... Ich meine, selbst wenn Franzosen gegen Franzosen kämpfen, verlieren beide. Ich bin gerade nur am überlegen, ob ich jetzt eigentlich... Wo kommst du denn her, Taylo? Ich wollte die Dose haben, aber du hast die schon gemacht. Ja, aber wo kommst du her? Ich habe das Gefühl, dass Josh ja ein Zombie ist. Ja, aber wo kommst du her? Aus Asien. Ja, aus Asien. Richtig, Erik. Das ist Asien. 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 Ich glaub, das Schlüssel wird eingesetzt. Oh nein. Jetzt läuft Plankton rot. Die Flüge ist immer eingesetzt. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nein. Doch. Jetzt ist Plankton rot. Wer... Boah. Wie kommt ihr immer zu Plankton? Das ist Plankton. Einfach bei dem roten Bus rechts abbiegen. Ja, ich weiß, aber ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, Plankton liegt draußen mittlerweile. Ey, guckt euch mal sein Auge an. Richtig creepy. Hier liegt ein unidentifizierter Zombie. Das war... Oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Ey, warte, 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 warte. Ich kann nicht aufhören zu schießen. Ich kann nicht aufhören zu schießen. Warte. Alter, was ist das denn? Ist das jetzt mittlerweile Herz-Zwigert oder Frau-Zwigert? Es war... Es war Herz-Zwigert. Ich hab einfach die ganze Zeit geschossen. Okay, okay. G, 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 okay. Ich, ich, G. G, G, G. G, G. Wenn er normal ist, GG nicht mehr ausreicht. G, 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 Alter. Das hör ich öfters. Auch im Club, weißt du, da tanzt man so jemand an und dann heißt es einfach, Nee, G, G, ey, ich möchte eher mit Bernd, ne? G, G, G. Ich denk so, scheiße, ist okay, weißt du, jetzt wird auf mich geschossen. Nein. Ich glaub irgendwie, dass es Frigor ist. Ich weiß auch nicht. Jep, ich bin possessed. Hm? Sollen wir dich erlösen? Nee, bitte nicht. Wie geht's Ihnen? Hm? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Opossum? 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 So was ich gar nicht gesagt habe. Nein, 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 nein. Bitte geh weg, Daylo, Daylo, geh weg. Carol, darf ich hier bitte raus? Ich hab eigentlich... Hä, wer hat da noch geschossen? Was ist da Hölle? Ah. Stopp, Daylo. Daylo ist durch den Boden gefallen. Oh, 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 oh. Oh nein. Ich, ich definier das erste Loch. Warte, ich muss nachwarten, warte, 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 warte. Zweig hat das Toppy. Ach, Daylo war schien. Schulden! Das Beste gibt's Sinn. Ich hab auch... Danke für dein Leben, Butchen. Hast du ihn etwa übernommen? Ich hab ihn übernommen, das war das erste Mal, dass ich die Geduld hatte, auf 400 Punkte zu warten, sonst hab ich immer so ein bisschen Scheiße gemacht mit Leuten. Warte mal. Daylo, du wurdest als Genie wiederbelebt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schauen bei den anderen vorbei, liken, teilen, abonnieren, was auch immer. Nicht zu sehr... Nicht zu lange anfassen mehr als dreimal Schütteln Selbstbefehlungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich bin mal ganz kurz für drei Schüttler weg.